Eine hymnische Besprechung, ich glaube es war im Spiegel, hat mich letztlich dazu gebracht, diesen Roman zu kaufen und zu lesen. Es ist der Debütroman einer 70-jährigen Autorin, ein Überraschungserfolg aus Amerika, der auch hierzulande die Leser begeisterte. Das ist, finde ich immer dann, reizvoll. Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Vorab, ich mache hier keine Werbung, sondern sage ausschließlich meine Meinung und mein Zeug. Das kaufe ich mir immer selbst. Delia Owens, über 70 Jahre alte Romandübitantin. Das klingt doch nach was. Sie arbeitete und forschte über 20 Jahre lang als Zoologin mit ihrem Mann in Afrika. Sie war erfolgreiche Autorin mehrerer Bücher, aber dies hier ist ihr erster Roman. Schauplatz ist das Marschland von North Carolina und das kannte sie schon aus ihrer Kindheit. Dort verlebte sie als Kind ihre Sommerurlaube und im Alter kehrte sie an diesen Ort zurück. Das Buch ist erschienen im Sommer 2018 in den Vereinigten Staaten von Amerika und es wurde dann präsentiert von der Schauspielerin Reese Witherspoon in einer Literatursendung Hello Sunshine. So ein Book Club, ja ähnlich wie der Book Club von Ofra Winfrey. Das spricht jetzt vielleicht nicht unbedingt für die literarische Qualität, aber es ist doch schön, wenn auch so Influencer sich da für Literatur dann auch dementsprechend einsetzen und zu der Verbreitung eines Romans dann auch letztlich führen. Ruckzuck wurde das jedenfalls in den Vereinigten Staaten ein Verkaufshit nach dieser Empfehlung von Reese Witherspoon und in Deutschland dann kurz nach dem Erscheinen im Jahr 2019 landete auch dieser Roman sofort auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und selbst die deutsche Kritik war also auch ganz begeistert, jedenfalls überwiegend. Sogar Dennis Scheck, der es ja sonst liebt, irgendwie Unterhaltungsromane in die Mülltonne zu schmeißen, ganz symbolisch für alle zu sehen, war also doch ganz angetan. Ja, und um diese Faszination jetzt mal nachvollziehen zu können, lese ich euch mal eine Seite, nämlich die erste Seite vor, den Anfang des Romans. Das ist ein Prolog und der setzt ein im Jahr 1969. Marschland ist nicht gleich Sumpf. Marschland ist ein Ort des Lichts, wo Gras in Wasser wächst und Wasser in den Himmel fließt. Träge Bäche mehr Andern tragen die Sonnenkugeln mit sich zum Meer und langbeinige Vögel erheben sich mit unerwarteter Anmut, als wären sie nicht fürs Fliegen geschaffen vor dem Getöse tausender Schneegänse. Doch auch im Marschland schleicht sich hier und da echter Sumpf in tief liegende Moore, verborgen in feuchtkalten Wäldern. Sumpfwasser ist still und dunkel, hat das Licht mit seinem schlammigen Schlund verschluckt. Selbst nachtaktive Regenwürmer kriechen in diesem Refugium tagsüber umher. Es gibt Geräusche, natürliche, aber verglichen mit der Marsch ist der Sumpf still. Denn Verwesung ist ein zelluläres Geschäft. Leben zerfällt und stinkt und wird erneut zu Humus. Ein elender Schlamm des Todes, der Leben erzeugt. Das mag ja durchaus begeistern, diese Formulierung, dieser Einstieg in die Naturbeschreibung. Jetzt noch den Schluss der Seite, weil da auch einige Dinge dann eben passieren, auf die ich gleich eingehen werde. Auch noch alles die erste Seite. Am Morgen des 30. Oktober 1969 lag die Leiche von Chase Andrews in dem Sumpf, der sie sich bald lautlos gelassen einverleibt hätte. Für alle Zeiten verborgen. Ein Sumpf weiß alles über den Tod und versteht ihn nicht notwendigerweise als Tragödie, ganz sicher nicht als Sünde. Doch an diesem Morgen radelten zwei Jungs aus dem Dorf hinaus zu dem alten Feuerwachtturm. Und als sie auf dem dritten Treppenabsatz ankamen, entdeckten sie seine Jeansjacke. Ja, erzählt wird die Geschichte vom Anfang, anfangs glaube ich sechs, dann siebenjährigen Mädchen Kaya. Die Protagonistin lebt mit ihren Eltern und Geschwistern im Marschland von North Carolina, in einer abgeschiedenen Gegend, wo der Sumpf dann zum Meer wird, wo der Hund begraben ist, beziehungsweise wo die Flusskrebse singen. Im Marschland, da leben die Ausgestoßenen, oftmals die Gescheiterten, diejenigen, von denen man sich im nächstgelegenen Provinzkraft distanziert. Kaya hat es nur wirklich nicht leicht. Der Vater ist Alkoholiker, dazu noch gewalttätig. Wenn er im Suff ist, das schlägt er zu. Und erst verlässt die Mutter, dann verzweifelt von heute auf morgen die Familie, flieht vor ihrem Mann, dem Monster, und überlässt ihm und seiner Gewalt die Kinder. Die sind auch bald weg, bis auf Kaya, die noch zu klein für das Davonlaufen ist. Sie hofft in kindlicher Naivität auf die Rückkehr der Mutter, übernimmt selbst die hausfraulichen Pflichten und schlägt sich mit dem Vater durch. Dazu kommt irgendwann auch nicht mehr, der kommt dann auch irgendwann nicht mehr zurück. Und so nehmt sie allein als Marschmädchen fernab von jeder Zivilisation. Der Schule kann sie sich entziehen, nachdem sie dort an einem Tag erlebt hat, was Verachtung und Ausgrenzung für Verletzungen zufügen können. In ihrer armseligen Hütte, da wirkt sie dabei wie so eine Robinson-Figur, die sich von Muscheln und Fischen ernährt, Gemüse anbaut und nach getaner Arbeit Vogelfedern, Tierzähne und Pflanzen sammelt. Nachdem sie von einem älteren Jungen das Lesen und Schreiben mithilfe eines Naturalmanachs gelernt hat, bearbeitet sie dann auch ihre zahlreichen Funde mit geradezu wissenschaftlicher Akribie. Ihre Küche verwandelt sich dabei mehr und mehr in eine Wunderkammer mit sorgfältig beschrifteten Exponaten. Kaya ist mager, wild, aber mehr und mehr eine Schönheit und das soll sie auch geheimnisvoll wirken lassen. Das Marschmädchen, so wird sie genannt, fast wie eine mythische Figur, die mit ihrem Außenborder durch die Sümpfe dann fährt, bald jeden Winkel kennt, sich vor der Schule und unangenehmen Typen, die sie belästigen, versteckt hält. Diese Handlungsebene setzt ein im Jahr 1952, während die andere eben sich um einen Leichenfund dreht. Das wurde ja eben deutlich und da geht es dann um die Aufklärung des Verbrechens. Diese spielt 1969 und beide Handlungs- beziehungsweise Zeitschienen bewegen sich aufeinander zu, was aber jetzt also kunstvoller klingt, als es dann letztlich ist. Chase, der bewunderte Quarterback und Frauenschwarm, Sohn reicher Geschäftsleute, verheiratet dann mit dem hübschesten Mädchen dieses Provinznests, wird ermordet, aufgefunden und der Verdacht, der fällt auf Kaya, die immerhin die heimliche Geliebte des Ermordeten war, bis er sie hat sitzen gelassen. Auf der Zeitschiene der 50er Jahre lernt die praktisch vollkommen allein lebende Kaya die Natur kennen und erkundet dabei vor allem die biologischen Beweggründe der Beziehungen von Lebewesen untereinander. Auch dafür habe ich eine kleine Stelle ausgesucht, die das verdeutlicht. Kaya atmete schwer. Letzte Nacht hatte sie allein am Ufer der Lagune getanzt, sich mit dem Mond und den Eintagsfliegen gewiegt und sie hatte geglaubt, sie wäre bereit. Hatte gedacht, sie hätte durch das Beobachten von Tauben alles gelernt, was man über Kopulation wissen konnte. Niemand hatte je mit ihr über Sex geredet und ihre einzige Erfahrung mit Vorspiel hatte sie mit Tate gemacht. Aber aus ihren Biologiebüchern hatte sie Einzelheiten erfahren und sie hatte mehr Geschöpfe bei der Paarung beobachtet, als die meisten Menschen das je tun würden. Und es beschränkte sich nicht darauf, dass sie ihre Hintern aneinander reiben, wie Jodie gesagt hatte. Ja, sie, die also nun in völliger Einsamkeit lebt, zieht auch so Verhaltensweisen, die sie in der Natur beobachtet, ständig dann Rückschlüsse auf die Beziehungen zwischen Menschen. Manchmal helfen ihr dabei also nicht nur die Beobachtung in der Natur, sondern auch noch so Artikel in verschiedenen biologischen Fachzeitschriften, an die sie dann herankommt. Da will ich auch zwei Stellen kurz vortragen. Als sie jetzt vor der alten Blockhütte saß, griff sie nach einer naturwissenschaftlichen Fachzeitschrift. Ein Artikel über Fortpflanzungsstrategien trug den Titel »Raffinierte Schürzenjäger«. Kaya lachte. Es ist allgemein bekannt, begann der Aufsatz, dass in der Natur die Männchen mit den auffälligsten sekundären Geschlechtsmerkmalen, dem größten Geweih, der tiefsten Stimme, der breitesten Brust und mit überlegenem Wissen die besten Territorien beherrschen, weil sie schwächere Menschen vertrieben haben. Die Weibchen paaren sich mit diesen dominanten Alphamännchen und werden so mit der bestmöglichen DNA befruchtet, die an den Nachwuchs weitergegeben wird, eines der einflussreichsten Phänomene der Adaption und für den Fortbestand des Lebens. Allerdings verfügen einige schwächer entwickelte Männchen, die nicht stark genug, nicht prächtig oder klug genug sind, um gute Territorien zu verteidigen, über ein ganzes Arsenal von Tricks, um die Weibchen zu täuschen. Kaya ließ die Zeitschrift sinken. Ihre Gedanken trieben dahin wie die Wolken. Manche Insektenweibchen fressen das Männchen nach der Paarung auf. Überlastete Säugetiermütter verlassen ihre Jungen. Viele Männchen entwickeln riskante oder gerissene Strategien, um ihre Konkurrenten bei der Fortpflanzung auszuboten. Nichts schien zu ungehörig, solange nur die Uhr des Lebens weiter tickte. Kaya wusste, dass das keine böse Seite der Natur war, dass es sich lediglich um einfallsreiche Methoden handelte, um den Fortbestand des Spezies allen Widrigkeiten zum Trotz zu sichern. Bei Menschen musste es doch um mehr gehen. Ja, mit Verlaub, diese Einschübe der Biologin Owens wirken nicht nur aufgesetzt. Die Protagonistin Kaya wirkt dadurch auch nicht selten einfältig. Schlimmer, wer auf diese lehrbuchhaften Sätze achtet, der weiß eigentlich dann auch schon, wie es in der Handlung weitergeht. Und so begreift auch Kaya dann einige Zeit später, was der Leser schon immer vorher sah, zumindest ahnen musste. Von daher ist das auch kein Spoilering, wenn ich jetzt doch eine Stelle hier weiter vorlese. Das alles war kein Zufall gewesen. Chase hatte sie ganz gezielt mit seinem Gerede von Heirat geködert, dann prompt mit ihr geschlafen und sie anschließend wegen einer anderen verlassen. Sie wusste aus ihren Studien, dass Männchen von einem Weibchen zum nächsten ziehen. Warum also war sie auf diesen Mann hereingefallen? Sein schickes Wasserskiboot entsprach dem aufgeblähten Hals und dem übergroßen Geweih eines brunftigen Hirschbullen. Zubehör, um andere Männchen abzuschrecken und ein Weibchen nach dem anderen anzulocken. In den Kritiken, vor allem im Spiegel, werden vor allem ja die Naturbeschreibungen als sehr eindringlich gelobt. Hier gelinge es der Autorin, die Schönheit des Marschlands einzufangen. Das stimmt auch zu einem guten Teil. Wir haben ja auch den Anfang uns angeschaut. Wir finden darin ganz kräftige Naturbilder, manchmal durchaus schwülstig. Trotzdem aber bleibt die Natur letztlich Kulisse. Immer wieder kommt es zu Einschüben mit Naturbeschreibungen, wobei die Poesie dann nicht immer dabei gelingen mag. Das Essen spielt übrigens eine ganz genauso große Rolle wie dessen Zubereitung. Da wird überhaupt kein Detail ausgespart, was irgendwann auch ziemlich auswechselbar erscheint. Also immer wieder wird betont, dass sie dann kocht, wie Mar es gemacht hätte. Also Schwarzaugenbohnen mit roten Zwiebeln, gebraten Schinken und Maisbrot. Immer wieder Maisbrot mit Grieben in Butter und Milch gekochte Limabohnen. Warmer Brombeerkuchen mit einer süßen Buttersoße, in die etwas Bourbon gerührt wurde und so weiter. Also das dampft hier an allen Ecken und Enden. Es dampft und riecht, was natürlich die Sache sehr anschaulich macht. Man fühlt sich praktisch sehr ein in dieser armselige Hütte, in diese Essenszubereitung, dieses gemeinsame Essen. Irgendwann ist es aber auch ein bisschen viel. Genauso wie diese Naturbeschreibung oder dieses ständige Übertragen auf die Tierwelt, die Beobachtung der Tierwelt auf die Menschenwelt übertragen. Das ist dann manchmal ganz schön dick aufgetragen. Und immer, wenn die Kriminalhandlung erzählt wird, dann wirkt die Machart durchaus trivial. Also da gibt es einen Sheriff, einen Deputy. Dies sind beides Abziehbilder. Man kennt sie gefühlt irgendwie aus tausend Filmen. Die Erzählweise ist in diesen Passagen extrem dialoglastig und wirkt also der typischen Krimi- und Trivial-Literatur entnommen. Die Gerichtsverhandlung, die es dann auch gibt, die erscheint irgendwie als Farce, vor allem aber unlaubwürdig, manchmal absurd. Das aber jetzt nicht irgendwie im Sinne einer Kafka-esken Absurdität à la der Prozess, sondern es scheint weniger beabsichtigt als doch vielmehr ein Mängel, ein erzählerischer Mangel letztlich zu sein. Insgesamt findet Owens nicht zu einem klaren eigenen Stil. Die unterschiedlichen Teile wirken fast unfertig aneinander gesetzt. Auf der einen Seite haben wir also Passagen von großer Kraft und großer Geste. Dann wieder Versatzstücke aus der Trivial-Literatur. Was übrigens auch, jedenfalls zum Teil, als Königsdisziplin gilt, das ist die Darstellung von körperlicher Liebe. Die Liebesszenen hier sind in der Regel alles andere als poetisch, sind auch nicht irgendwie innovativ gestaltet. Man kennt diese Art der Darstellung eben auch eher so aus der trivialeren Literatur. Als ein Beispiel letztlich für diese Unausgewogenheit des Stils eine ganz kurze Stelle vom Ende, relativ vom Ende des Romans. Dank Tates inniger Zuneigung erkannte sie schließlich, dass menschliche Liebe mehr ist als die bizarren Paarungskämpfe der Geschöpfe in der Marsch. Aber das Leben lehrte sie auch, dass in den Windungen des genetischen Codes der Menschheit noch immer uralte, für das Überleben wichtige Gene in mancherlei unerwünschten Formen fortbestehen. Kaya genügte es, Teil dieser natürlichen Sequenz zu sein. Unwandelbar wie die Gezeiten. Hier wird also letztlich auch alles gesagt, alles ausgesprochen, alles gedeutet. Der Leser hat überhaupt keine Möglichkeit, mal selbst eine Deutung zu entwickeln. Die Autorin traut dem Leser also letztlich wenig zu. Und dieser Fastschluss, der ist eigentlich auch eine ziemlich krude Mischung aus Kitsch und Biologie-Lehrbuch. Und das ist etwas, was ich eben hier in diesem Buch an mehreren Stellen finde. Für viele Leser scheint der Gesang der Flusskrebse trotz der Dramatik und auch der Tragik, trotz des dort auch geschilderten Elends, ein Wohlfühlbuch oder ein Feelingbuch, also etwas zu sein, dass man sich einfühlt, das eben gleichzeitig ganz traurig und auch glücklich macht. Und Kaya, die Protagonistin, ein Naturmädchen, das sich dann letztlich entwickelt zu einer begabten Schriftstellerin, Dichterin und Biologin. Ja, insgesamt würde ich sagen, das ist eine Schmonzette. Ja, es lebe der Kitsch. Die Figuren sind eindimensional. Entweder sind sie gut oder sind sie böse. Da gibt es eigentlich auch wenig Entwicklung. Ja, insgesamt kann man sagen, dieser Roman war für mich eine herbe Enttäuschung. Die Erwartungen waren groß. Was auch an diesen positiven Vorschusslorbeeren lag. Das Buch weckte die Erwartung, große, ja vielleicht bedeutende Literatur zu bieten. Heraus kam eine sehr berechenbare Unterhaltungsware. Kann man das jetzt dem Roman, kann man das der Autorin vorwerfen? Ich hatte erst vor kurzem ja ein anderes Buch hier besprochen, nämlich Steffen Kopetskis Roman Monschau. Und da hatte ich doch gerade erst gelobt, dieses Buch gelobt, eben weil es sich dabei auch um einen Unterhaltungsroman gehandelt hat. Kann ich jetzt das dem Buch hier vorwerfen, was ich bei dem anderen Buch gelobt habe? Ja und nein. Ja, ich mochte den Roman von Kopetsky und habe über einige triviale Passagen dann auch wohlwollend hinweg gesehen, weil ich immer den Eindruck hatte, dass er einfach nur eine spannende Geschichte auf unterhaltsame Weise erzählen wollte. Hier aber wird mit großem Pathos ausgeholt und schnell verdeutlicht, dass das hier große und bedeutungsschwere Literatur ist. Das war zumindest mein Eindruck. Und letztlich auch, dass Kaya eine große, starke literarische Frauenfigur ist, die ihren Weg findet heraus aus dem Dschungel hin zum selbstbestimmten Leben. Die Natur wird an jeder Stelle mythisch aufgeladen. Ja, aber was verbirgt sich letztlich dahinter? Und da kommt dann doch, finde ich, ziemlich wenig. Bleibt eine Geschichte einer Frau zwischen zwei Männern, von denen der Leser von der ersten Zeile an letztlich weiß, welcher was taugt und welcher nicht. Und es gibt dann eine relativ ausgelutscht erzählte Krimi- und Gerichtsverhandlung, die ziemlich trivial daherkommt, die ich vorhin erläutert habe. Letztlich begegnen wir schablonenhaften Figuren ohne Tiefe. Selbst Kaya bleibt eigentlich eine Skizze. Es gibt dann am Ende so eine Art von, ja, geradezu märchenhaftem Happy End und eine Auflösung, die dann auch nicht wirklich überrascht. Vor allem aber bekommen wir sehr viel Schwulst und Kitsch. Und das ist vor allem deshalb enttäuschend, weil die erste Seite etwas ganz anderes verheißt. Und eigentlich auch auf einen originellen Roman hoffen lässt. Den Lesern, vor allem den Leserinnen, scheint die Mixtur trotzdem zu gefallen. Das mag auf der einen Seite sicher an der Geschichte und am Storytelling liegen, auch an der Figur, wenn man liest, wie stark sich Leserinnen mit Kaya identifizieren konnten. Was mir jetzt angesichts der Lebensumstände dieser Figur etwas rätselhaft bleibt. Es liegt aber auch sicher am Einfluss von prominenten Influencern wie Reese Witherspoon, die eben nicht nur das Buch ganz kräftig beworben hat, sicher aus echt empfundener Begeisterung, kein Zweifel, sondern sie ja auch gleichzeitig die Verfilmung mit produziert. Daran wird es auch keinen Zweifel geben. Der Kinofilm, der wird ein Erfolg werden, nicht nur wegen der grandiosen Kulisse des Marschlandes, sondern auch wegen des Kitsch-Faktors, der wie für Hollywood gemacht ist. Soweit mein Urteil. Mich würde euer Urteil interessieren. Ihr könnt auch gerne dagegen argumentieren, denn ich weiß ja, dass es sich um ein sehr beliebtes Buch letztlich handelt. Ich bin jedenfalls gespannt auf eure Kommentare, auf eure Lesart. Das interessiert mich jedenfalls sehr. Bis dahin soll es das erstmal sein. Bleibt gesund und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es um ein anderes literarisches Thema geht.